Weidenrinde. Weidenrinde ist ein uraltes Heilmittel. Weidenrinde wurde schon im Altertum verwendet, man weiß, dass schon die Römer und die Griechen Weidenrinde verwendet haben. ASS, also Aspirin, Acetylsalicylsäure, ist letztlich etwas, was aus der Weiderinde, aus den Wirkstoffen der Weidenrinde weiterentwickelt wurde. Weidenrinde hat verschiedene Wirkungen. Weide heißt ja Salix bzw. Salixcortex und die Weidenrinde kann verwendet werden, also die Rinde des Weidenbaumes, für verschiedene Zwecke. Man kann zum Beispiel Weidenrinde verwenden für Schmerzen, also Gegenschmerzen. Weidenrinde senkt auch Fieber und hemmt Entzündungen. Also im Grunde genommen, wie Aspirin wirkt eben auch die Weidenrinde. Weidenrinde wirkt weniger stark und hat auch weniger Nebenwirkungen als Acetylsalicylsäure, ASS, also Aspirin. Weidenrinde hat ähnliche Wirkungen wie Aspirin, allerdings nicht die Blutverdünnungswirkung. Und weil Aspirin nicht die Blutverdünnungswirkung hat, also weil Weidenrinde nicht die Blutverdünnungswirkung hat, deshalb hat es auch nicht die Nebenwirkungen für Magen und Darm. Acetylsalicylsäure wirkt relativ schnell. Weidenrinde braucht etwas länger, wirkt auch etwas langfristiger und hat auch wenige Auswirkungen auf Magen und Darm. Trotzdem sagt man, dass bei Allergien und bei Erkrankungen der Bronchien dem Weidenrinde nicht geeignet ist. Auch Weidenrinde hat bestimmte Nebenwirkungen, wenn auch weniger als Aspirin. Und man sollte auch Weidenrinde nicht verwenden im letzten Drittel der Schwangerschaft und man sagt auch, sie sei nicht geeignet für Kinder. Auch bestimmte Allergien sind Kontraindikationen für die Verwendung von Weidenrinde. Besondere Anwendungen von Weidenrinde, wie schon gesagt, sind Fieber, auch rheumatische Beschwerden, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen und Arthrose. Inhaltsstoffe von Weidenrinde. Weidenrinde enthält zu über 10% Salicylsäuren und damit auch die Salicylate. Und außerdem enthält Weidenrinde gab Stoffe. Letztlich aus dem Namen für die Weide, Salix alba, das ist die Silberweide, und Salix purpurea, also purpurweide, daraus ist letztlich Salicylsäure geworden. Ja, Salicin wurde vor 200 Jahren zum ersten Mal aus Weidenrinde isoliert. Wirkweise, Wirkung von Weidenrinde. Das Salicin aus der Weidenrinde wird also im Körper umgewandelt in Salicylsäure. Also die Salicylsäure ist nicht in der Weide selbst, in der Weidenrinde enthalten, aber der Körper wandelt Salicin in Salicylsäure um. Und die hat, das dauert alles etwas länger und deshalb ist die Wirkung etwas schwächer ausgeprägt als bei ASS. Wie wendet man Weidenrinde an? Man kann zum einen Weidenrinde-Präparate selbst herstellen, zum Beispiel durch Abkochen von Weidenrinde. Meistens allerdings gibt es Weidenrinde-Präparate, zum Beispiel aus der Apotheke. Man kann auch Weidentees, Weidenrindentees aus der Apotheke bekommen und es gibt auch Komplextees, die gegen Rheuma und Schmerzen wirken sollen, die auch Weidenrinde enthalten. Man sollte sich aber bewusst machen, dass Weidenrinde eben auch Nebenwirkungen haben, wie zum Beispiel Übelkeit oder allergische Hautreaktionen, Juckreiz, Rötungen und so weiter. Weidenrinde hat auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Weidenrinde kann zum einen die Wirkung von anderen Medikamenten verstärken, zum Beispiel blutzuckerspiegelsenkende Medikamente, auch blutgerinnungshemmende Wirkung. Und umgekehrt kann Weidenrinde auch die Wirkung mancher Medikamente vermindern, weil sie eben eine verstärkte Harnsäureausscheidung bewirken. Und so sollte man sich auch bewusst sein, man sollte auch jetzt Weidenrinde nicht kombinieren mit anderen Schmerzmitteln. Wie man Weidenrindentee selbst zubereiten kann. Man kann Weidenrindentee auch selbst zubereiten, und dieser wird dann auch als Rheumatee bezeichnet. Man nimmt dabei zum Beispiel 3 Gramm geschnittene oder pulverisierte Weidenrinde und setzt diese mit kaltem Wasser ab. Anschließend bringt man das zum Kochen und lässt es 10 Minuten ziehen. Man kann dann 3 Mal am Tag eine Tasse in kleinen Schlucken trinken und das kann dann gut halb gut wirken. Man findet auch noch andere Tipps, wie man Weidenrindentee herstellt. Man kann auch manche sagen, es wäre besser nur 1 Gramm zu verwenden, statt 3 Gramm. Andere sagen, man soll das mit dem Wasser etwas länger kalt ansetzen. Wieder andere sagen, man soll nur 5 Minuten abseihen. Und manche sagen, man soll es etwas länger zum Kochen bringen. Und es gibt dann eine solche Tagesdosis. Es gibt noch vieles mehr, was man dazu sagen könnte. Jedenfalls, man sollte den Ratschlag eines Arztes oder Heilpraktikers einholen, denn Weidenrinde ist ein machtvolles Naturheilkundepräparat. Es ist ein machtvolles Medikament der Phytotherapie, der Pflanzenheilkunde mit Wirkungen, auch mit Nebenwirkungen und man sollte das nicht leichtfertig zu sich nehmen, insbesondere auch, wenn man weitere Medikamente hat oder schwere Erkrankungen.